Ton läuft und bitte! Ruhe bitte, wir treten! Hey, ich bin Desiree und ich nehme euch hier beim Podcast Ruhe bitte, wir treten! Ab sofort verlässlich und regelmäßig mit hinter die Kulissen von Produktionen der Bild- und Tonfabrik. Die Bild- und Tonfabrik kennt ihr vermutlich schon durch verschiedenste TV-Produktionen. Ich stelle uns aber trotzdem mal kurz vor. Die Bild- und Tonfabrik, abgekürzt BTF, ist eine Produktionsfirma mit Sitz in Köln-Ehrenfeld. Sie wurde 2012 von zwei Studenten der Kunsthochschule für Medien gegründet, mit dem Ziel, die deutsche TV-Landschaft aufzumischen. Heute zählen nicht nur die anfänglichen Spaten-TV-Shows zum Portfolio der BTF, sondern außerdem preisgekrönte, fiktionale Serien und Spielfilme für große Streaming-Anbieter, internationale Doku-Formate, Musikvideos, Games und jetzt auch Podcasts. Aus anfänglich 30 Beschäftigten ist mittlerweile ein richtig großes Team von festen und freien Mitarbeitenden gewachsen. Aus allen an einer Produktion beteiligten Departments. Und die haben einiges aus ihrem Arbeitsalltag zu berichten. Heute sprechen wir bei Ruhe, bitte, wir treten mit Max Rainer und Kilian Lieb. Zwei Autoren, die unter anderem hinter unserer neuen Netflix-Dokumentation Cyberbunker stecken. Aber bevor sich die beiden vorstellen, hört ihr jetzt mal ganz kurz, worum es bei diesem Doku-Projekt überhaupt geht. Mats ab! Traben-Trabach war in der Schockstarre, als das alles ans Tageslicht kam. Er hatte so einen Visionär-Ausstrahlung. Ein Darknet-Guru called Hermann Zent. Er ist wie ein 007-James-Bond-Typical-Villain. Für eine unknowable reason, er liebte Bunkers. Er ist called Cyberbunker. Ein Rechenzentrum für Millionen schwere kriminelle Geschäfte. Es war ein Land in einem Land. Der Law does not apply to us. Er glaubt in total Freiheit. Du solltest alles auf der Internet tun. Wir fühlen, wie es laufen ist. Illegale Drugs, Selling Weapons. Ein Burnt-Out-Ecstasy-Lab. Irish Moffsters sind involviert. Die größte Cyber-Attacken in Internet-History. Das virtuelle Äquivalent einer Nuklearen-Bomb. Was ist passiert? Was konkret im Bunker stand, war uns nicht klar. Die Anlage ist riesengroß und wir kamen nicht ran. They won't get in. Der verdeckte Ermittler hat uns mit wertvollen Informationen versorgt. The biggest, most sophisticated Cyber-Investigation of my career. 650 Polizeikräfte, einschließlich GSG 9. It becomes such a big story. What is happening in this Bunker? Hi Kilian, hi Max. Hi. Hi, hallo. Wir steigen hier direkt ein mit der schnellen BT-Fragenrunde, innerhalb derer ihr euch mal kurz vorstellen könnt. BT-Fragenrunde. Seit wann bist du bei der BT-F? Ja, jetzt circa, ich würde sagen, anderthalb, zwei Jahre. So seit Beginn des Projekts. Genau, und ich auch. Womit verbringst du die meiste Zeit während der Arbeit? Das ändert sich immer von Tag zu Tag, würde ich sagen. Hauptsächlich reden. Auch hauptsächlich mit Kilian. Und sonst, ja, viel schreiben. Und natürlich bei Drehphasen, Drehvorbereiten oder halt am Set sein. Als Autor würde ich gerne sagen, schreiben, aber es ist falsch. Es ist eigentlich reden, und zwar mit Max, über die Dinge, die wir dann schreiben wollen. Dann meistens schreiben, aber vorher erst mal viel reden. Welche Tabs hast du täglich während der Arbeitszeit offen? Ein konstantes Tab, was sich schon fast in den Bildschirm eingebrannt hat, würde ich sagen, ist der Videocall, den ich mit Kilian habe. Das ist eigentlich jeden Tag offen, von morgens bis abends. Und dann meistens ein Dokument zum Schreiben, Ideen sammeln, wo wir irgendwie parallel drin schreiben können. Und meistens auch noch irgendein Video, ein weirdes Video zu unseren Recherchen, was wir uns zugeschickt haben, was wir irgendwie denken, was spannend sein könnte. Offenbar haben Max und ich immer die gleichen Sachen offen, weil das stimmt auch bei mir. Ich würde noch sowas wie DeepL dazusetzen, Übersetzungsprogramm, weil wir dann meistens irgendwelche merkwürdigen Webseiten auf Sprachen durchforsten, die wir nicht verstehen und uns dann von so einem Übersetzungsprogramm helfen lassen. Aber ansonsten ein Fenster mit Max, Gesicht drin und viele andere Dinge noch. In welchem Department würdest du gerne mal ein Praktikum machen und warum? Witzigerweise, ich sitze gerade in einem Büro, wo das Kostümdepartment die Klamotten parkt. Also ich sitze quasi zwischen Kleiderständern. Von daher ist es das erste Mal, dass ich so richtig in Berührung mit diesem Department komme und ich denke, naja, vielleicht sollte ich das auch mal ausprobieren. Das ist vielleicht spannend. Hier werden auch Computerspiele gemacht und ich will mal bei den Leuten Praktikum machen, die Computerspiele machen hier. Ich weiß nicht, falls sie das hören, ich hätte Lust, ihr kriegt meine Bewerbung. Das war unsere BT-Fragenrunde. Lass uns direkt reingehen in den Cyberbunker. Den Trailer zu Cyberbunker haben wir vorhin ja schon gehört. Klingt super spannend. Was ist denn das Besondere an der Netflix-Doku und worum geht's genau? Ja, ich würde sagen, Cyberbunker ist deshalb sehr besonders, weil es eine der verrücktesten und wendungsreichsten Geschichten ist, die mir je irgendwie vor die Füße gefallen ist. Und ganz besondere Charaktere in sich hat, über einen ganz langen Zeitraum geht und viele Aspekte hat, die außergewöhnlich sind. Es ist eine Geschichte, die sich, wenn man die Ereignisse nachverfolgt, so anhört, als hätte die sich jemand ausgedacht, der sich einen Spielfilm ausdenken wollen würde. Einen sehr verrückten, sehr abgefahrenen Spielfilm. Aber das Tolle ist, dass diese Dinge alle so passiert sind und man sie sich nicht noch ausdenken muss. Auf sowas bin ich vorher noch nie gestoßen. Es ist ein eigener Mikrokosmos, der den Cyberbunker ausmacht, der so einen ganz, ganz, ganz eigenen Vibe hat. Eine ganz, ganz eigene Stimmung. Und ich hoffe, dass es uns gelungen ist, diese Stimmung rüberzubringen in unserem Film. Aber die lässt einen nicht so schnell los, wenn man da einmal eingetaucht ist. Und ich glaube, das ist das, was für mich daran so besonders ist. Könnt ihr mal kurz erklären, worum es genau geht? Ja, runtergebrochen geht es um eine Gruppe von sehr außergewöhnlichen Holländern, die einen Bunker in der kleinen, wunderschönen Moselstadt Tramtrabach gekauft haben und da dann in diesen Bunker Server reingestellt haben und angefangen haben, illegale Webseiten zu hosten. Und das wiederum hat eine Ermittlung ausgelöst, die über fünf Jahre ging, sehr, sehr international, global gearbeitet wurde und letztendlich in einem Zugriff mit über 650 Spezialeinheiten geendet ist. Wie seid ihr auf das Thema aufmerksam geworden? Im September 2019 gab es den großen Polizeieinsatz, der eigentlich sozusagen das Ende des Cyberbunkers eingeläutet hat. Und darüber wurde dann in den Medien berichtet. Also es gab News-Meldungen von einem großen Einsatz mit über 650 Polizeikräften, die irgendeinen Bunker in Rheinland-Pfalz gestürmt haben sollen. Und es geht irgendwie um Darknet und so. Mehr wussten wir aber noch nicht, aber es klang irgendwie interessant. Und dann haben wir uns ein bisschen mehr mit beschäftigt. Und je mehr wir über dieses Thema Cyberbunker ausgegraben hatten, desto merkwürdiger wurde es und desto verrückter wurde es. Und langsam haben wir gemerkt, irgendwie dazu muss man doch mal was machen. Und dann ist gleichzeitig auch das passiert, was mir persönlich und ich glaube auch Max meistens passiert bei solchen Dingen. Man kann einfach nicht aufhören zu recherchieren. Man kann einfach nicht aufhören, noch was einzugeben in die Suchleiste und noch einem Link zu folgen. Und das Gute ist, wenn man das dann zu seinem Beruf machen kann und es nicht nur in seiner Freizeit tut. Das heißt, du hast das zuerst entdeckt, das Thema, und hast dann Max mit reingezogen in das Rabbit Hole? Das weiß ich nicht mehr genau. Max und ich arbeiten... Ich weiß noch, wir haben damals, wir saßen zusammen und wir haben eigentlich eine Recherche zu Mikrostaaten gemacht. Richtig. Wir haben eigentlich über Mikrostaaten recherchiert und dann haben wir auch, ähnlich wie wir jetzt heute auch immer noch zusammensitzen, jeden Tag irgendwie eine Schalte gehabt und uns Sachen hin und her geschickt. Und ich glaube, dann sind wir da irgendwie drauf gestoßen. Und dann ging es aber auch direkt los. Also ich glaube, von da an, als wir einmal verstanden haben, dass diese Geschichte viel, viel mehr ist als einfach nur dieser Zugriff, der jetzt erstmal flashy und irgendwie aufregend klingt und so in den Medien war, als wir das dann verstanden haben, haben wir gedacht, okay, da müssen wir was zu machen. Das ist zu verrückt einfach. Und es hat bis dahin auch noch niemand aufgegriffen? Naja, es gab Zeitungsartikel, es gab schon Zeitungsberichte. Natürlich, wenn so ein großer Polizeieinsatz irgendwie passiert, dann wird da natürlich drüber berichtet. Und im Laufe unserer Recherche gab es natürlich auch schon noch weitere Artikel und Beiträge und sowas. Aber in der Dimension, als Dokumentation das aufzuarbeiten, hat bis dato noch niemand gemacht. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was wir versucht haben jetzt mit diesem Film zu machen, ist den vollen Umfang irgendwie klar zu machen. Weil ich finde, viele Elemente von dieser ganzen Geschichte versteht man auch erst, wenn man weiß, woher das alles kommt. Also ich meine, das hat alles irgendwie mit Beginn des Internets angefangen. Und daher kommen auch diese, ja, wenn man jetzt manche Charaktere sieht, wie die heute sind, denkt man so, ah, okay, ein Weirdo. Oder was ist denn das für ein komischer Typ? Aber wenn man versteht, wo die herkamen und was die für eine Vision auch damals hatten und was die getrieben hat, finde ich, gibt das nochmal ein ganz neues Verständnis dazu und macht es auch irgendwie nochmal komplexer und auch, ja, spannender. Ja, wir hatten das Gefühl, also im Laufe unserer Recherche, es gab natürlich immer wieder Leute, die sich mit so einzelnen Aspekten beschäftigt haben. Und wir hatten das Gefühl, wir wollten aber irgendwie alles zusammenbringen. Wir wollten wirklich ganz, ganz, ganz am Anfang dieser Geschichte anfangen und auch wirklich so lange wie möglich in die Gegenwart hinein erzählen. Weil dann ergibt sich erst so ein Gesamtbild. Und ich glaube, ja, deswegen haben wir auch da relativ lange dran recherchiert, weil das auch nicht unbedingt nur eine Geschichte war, die sich in der Vergangenheit abgespielt hat. Ein gewisser Teil davon spielt sich in der Vergangenheit ab, in den 90er Jahren und in den frühen 2000ern. Aber vieles passiert auch, während wir recherchieren. Der Prozess, in dem die ganze Sache vor Gericht verhandelt wurde, hat sich zum Beispiel während unserer Recherche ereignet. Das heißt, es sind immer wieder neue Dinge passiert oder es sind neue Charaktere, Protagonisten, Interviewpartner auf uns zugekommen, die dann auch nochmal alles in ein neues Licht gesetzt haben. Wir mussten also die Recherche auch immer wieder so ein bisschen anpassen an das, was passiert ist. Ich finde, das ist auch, was immer das gut zeigt ist. Am Anfang, als wir auch angefangen haben, in die direkte Recherche zu gehen, also mit Leuten zu sprechen, war unser erster Kontakt auf Ermittlerseite ein IT-Ermittler, also ein Cyber-Ermittler. Und mit dem hatten wir ganz am Anfang darüber gesprochen. Der hatte vor allem viel Ahnung von der Technik und das war irgendwie alles noch so, es hat sich noch so nerdy angefühlt. Und dann unser letztes, mittletztes Interview, was wir gemacht haben, war halt mit einem FBI-Agent in Los Angeles, wo wir irgendwie darüber gesprochen haben, wie die Sachen, die da passiert sind und die auch mit der erste Typ, mit dem wir gesprochen haben, rausgefunden hat, wie das bei denen die Arbeit beeinflusst hat. Und das ist so, ja, wenn man sich so immer diese Dynamik anguckt, das ist irgendwie das, was so verrückt daran war. Ja, es hat so eine Eigendynamik irgendwie. Es ist irgendwie immer größer geworden und manche Sachen hatten natürlich schon die Dimension und die haben wir dann erst herausgefunden. Aber manche Sachen, manche Zusammenhänge haben sich auch erst im Verlauf des Gerichtsprozesses entwickelt. Und auf die mussten wir dann reagieren oder entscheiden, ob wir die in unseren Filmen mit aufnehmen wollen. Apropos Gerichtsprozess. Wir haben im Team Fragen an euch gesammelt und Julias Frage passt hier an der Stelle ganz gut. Welche Bedeutung hat eurer Meinung nach die Rechtsprechung in diesem Fall für das Thema Datensicherheit im Allgemeinen? Das ist eine ziemlich komplexe Frage. Und das hat auch einen Grund, dass dieser Gerichtsprozess dann auch nochmal vom BGH verhandelt wurde, weil das ist alles nicht so ganz leicht zu durchsteigen, diese Zusammenhänge. Bei Cyberbunker geht es ja im Grunde nicht direkt um die Leute, die tatsächlich Webseiten ins Internet stellen, auf denen du zum Beispiel Drogen oder andere illegale Dinge kaufen kannst, sondern es geht um diejenigen Leute, die sozusagen eine Plattform dazu zur Verfügung stellen. Also ein Hosting-Provider. Ein Unternehmen, das sozusagen sagt, ich stelle dir einen Server oder mehrere Server zur Verfügung und auf diesen Servern kannst du da deine Webseiten hosten und dann darauf irgendetwas tun. Und von diesen Hostern gibt es eigentlich mehrere, auch in Deutschland und ganz viele. Das gehört so zur Infrastruktur des Internets. Der Unterschied ist aber, dass wenn ein normaler Hoster davon mitbekommt, dass du auf seinem Server eine Website laufen hast, auf der du Drogen verkaufst, dann schaltet der die normalerweise ab. Die Leute bei Cyberbunker haben jetzt damit geworben, dass es ihnen egal ist, was du auf ihren Servern hostest. Außer es ist Kinderpornografie oder Terrorismus. Jetzt ist die Frage, was dieses Urteil bedeutet. In diesem Urteil wurden die Mitglieder des Cyberbunkers zu einer Strafe verurteilt als Mitglieder einer kriminellen Vereinigung. Das heißt, sie haben sich zusammengeschlossen, um Straftaten zu begehen oder sie zu unterstützen. Sie waren aber noch für was anderes angeklagt, nämlich für Hunderttausende von Straftaten. Über 250.000, also Beihilfe zu über 250.000 Straftaten war die andere. Also damit ist dann gemeint, dass jeder kauft, der auf den anderen Plattformen getätigt wurde, eine Straftat. Genau, jede Straftat, die ermöglicht wurde durch diese Hostings, dazu waren sie quasi der Beihilfe angeklagt. Genau. Jetzt sagen aber die Betreiber von Cyberbunker, wieso sollen wir dafür verurteilt werden? Wir wussten ja gar nicht, was auf unseren Servern ist. Und bei der Menge an Servern, die wir haben und bei der Menge an Kunden und Webseiten, die wir haben, wie sollen wir auf jede Website draufschauen? Also erstmal wollen wir das gar nicht und wir dürfen das ja auch gar nicht und machen tun wir das sowieso nicht. Das heißt, wir haben damit eigentlich überhaupt nichts zu tun. Und in diesem Prozess ging es jetzt eben darum, zu beweisen oder herauszufinden, ob die Betreiber von Cyberbunker wirklich wussten, was auf ihren Servern passiert. Und ich glaube, in dem Prozess und auch in der Dokumentation, da gibt es natürlich Hinweise drauf, dass zumindest vielen der Menschen, die da gearbeitet haben, schon irgendwie bewusst war, dass das kein normaler Hosting-Provider ist. Und sie haben ja auch damit geworben, dass sie zum Beispiel vor staatlicher Verfolgung schützen und so weiter. Allerdings wurden sie nicht zur Beihilfe für diese Straftaten verurteilt. Das ging dann nochmal vor das BGH, weil die Staatsanwaltschaft gesagt hat, wir hätten das aber gerne. Die Verteidigung auch. Die sind beide in Revision gegangen, weil sie mit dem Urteil nicht zufrieden waren. Aber der BGH hat dieses Urteil jetzt weitestgehend bestätigt. Und diesen Exkurs muss man, glaube ich, machen, um zu verstehen, was das für die Datensicherheit bedeutet. Weil wenn man sich vorstellt, dass ein Hosting-Provider dafür verurteilt werden kann, was auf seinen Servern gehostet wird, dann hätte das zumindest theoretisch auch Auswirkungen auf alle normalen Hosting-Betreiber. Es würde wahrscheinlich sogar die Struktur, wie es momentan ist, mit Hosting und Websites, ich weiß nicht, ob unmöglich, aber auf jeden Fall sehr, sehr schwierig machen. Genau. Weil die müssten ja theoretisch alles kontrollieren, was überhaupt im Internet unterwegs ist, weil das ja mittlerweile bei den großen Playern liegt. Und die wären dafür verantwortlich. Und die würden dann natürlich versuchen, alles möglichst zu kontrollieren. Was natürlich ein spannendes Gedankenkonstrukt ist, aber in der Realität wahrscheinlich auch gar nicht umsetzbar ist. Aber ja, das ist halt, das sind theoretische Abhandlungen. Die Frage ist so ein bisschen, ob ich möchte, dass irgendjemand mitlesen kann, was ich zum Beispiel auf meinem Handy schreibe oder was ich auf meinem Rechner habe. Und genau das ist ja im Grunde das Versprechen, was die Leute bei Cyberbunker gegeben haben. Nur halt mit einer Konsequenz, die sich auch auf kriminelle Aktivitäten beschränkt. Und die Rechtsprechung in Deutschland sagt eben, dass das Internet auch kein rechtsfreier Raum ist und dass auch da Straftaten verfolgt werden und dass im Fall von Cyberbunker da schon eine Schuld vorliegt. Aber es ist eben kein einfaches Thema, weil es ist ja sozusagen, wie als würde ich den Vermieter dafür bestrafen, dass in seiner Wohnung ein Mord passiert ist. Zumindest ist das ein Argument, was man anbringen könnte. Es ist aber auch so ein bisschen schief, das Argument. Andere Leute würden wieder sagen, naja, wenn der Mieter damit geworben hat, dass du in seiner Wohnung alles machen kannst und es ist ihm vollkommen egal, dann würde man das vielleicht ein bisschen anders beurteilen. Aber das ist auch ein bisschen das Spannende an dieser ganzen Geschichte. Es gibt auf beiden Seiten sehr starke Argumente und auf beiden Seiten gibt es Argumente, die man zumindest ein Stück weit nachvollziehen kann. Aber am Ende muss, glaube ich, jeder, der den Film schaut, für sich selber wissen, wo er dann den Fokus setzt. Und es wurden ja natürlich am Ende dann Leute vor Gericht verurteilt. Es hat ein Urteil gegeben, das wurde jetzt auch bestätigt. Das heißt, da ist jetzt eine Entscheidung getroffen. Sehr, sehr lange Antwort. Sehr lange Antwort, aber ein guter Teaser für den Film. Ja, ich denke mir aber auch immer, man muss dann immer dazu sagen, nicht, dass man jetzt denkt, dass in unserem Film nur so rein theoretisch Rechtsprechungen irgendwie diskutiert werden. In dem Film wird auch sehr viel Spannendes, sehr haptisch und greifbares, erlebbares gezeigt. Ich meine, die Frage, die vielleicht ein bisschen weniger technisch ist, die insgesamt dahinter steckt, ist einfach, wem gehört das Internet? Und wer entscheidet überhaupt, was im Internet sein darf und was nicht? Wer entscheidet denn, dass es illegal ist oder nicht? Und wo sitzen diese Menschen, die das entscheiden? Und wer ist davon betroffen? Das Internet ist ja schließlich überall. Und das ist, glaube ich, eine spannende Frage, über die man sich Gedanken machen kann. Und bei Cyberbunker wird die eben zu einem gewissen Teil greifbar. Guter Teaser. Aber dann vielleicht nochmal zurück, zum Film selbst beziehungsweise zur Recherche. Gab es irgendwie eine super krasse Überraschung oder ein super weirdes Erlebnis während der Recherche? Ich glaube, Überraschungen gab es wirklich fast jede Woche, wo wir irgendwie einer Spur gefolgt sind und auf Sachen gestoßen sind. Da kannst du gleich auch nochmal erzählen, falls dir noch eine Überraschung konkret anfällt. Ich weiß noch, weirde Erlebnisse hatten wir auf jeden Fall jeweils beide eins. Ich kann mal eine Anekdote erzählen. Und zwar hatten wir einen Kontakt, der uns für unsere Recherche ein sehr wichtiges Dokument geben wollte. Und der Kontakt mit dem aber war sehr schwierig. Also es war jetzt nicht so, dass man mit dem telefoniert hat oder so, sondern es lief alles sehr über spärliche Nachrichten. Es war relativ kompliziert. Verschlüsselte E-Mails? Nee, es war über bestimmte Messenger. Es ging nicht über WhatsApp, sondern über bestimmte Messenger, die dann die Person lieber verwendet hat. Aber darüber hinaus war es jetzt nicht weiter. Und es war halt nicht so, hey, hi, wie geht's dir? Und kannst du mal irgendwie? Sondern es war immer sehr kompliziert. Auf jeden Fall. Und dann kam eines Tages irgendwie die Nachricht, ja, morgen könnt ihr einen Stick abholen in Ludwigshafen und da ist alles drauf. Und dann waren wir natürlich erst mal so, weil, ne, man muss sich natürlich auch mal vorstellen, man muss immer überlegen, ist das jetzt wahr, was der erzählt? Und, ne, ist das jetzt irgendwie, macht man das jetzt? Und dann waren wir aber so, ja, okay, ne, die Chance ist natürlich einmalig, das müssen wir irgendwie probieren. Und dann bin ich am nächsten Tag ins Auto gestiegen und nach Ludwigshafen gefahren. Und da wurde mir dann ein Hotel mit einer Adresse auch benannt. Und dann kam ich da an und es war alles super sketchy, ne? Also auch wenn man den Film gesehen hat, es gibt ja auch Charaktere, die da auftauchen, die jetzt nicht auch ungefährlich sind. Von daher waren wir auch immer so ein bisschen vorsichtig, was alles angeht. Moment, warst du da alleine? Ich bin da alleine runtergefahren, ne? Das war, ja, weil es halt auch irgendwie, man wusste ja nicht, ne? Vielleicht ist das ja auch alles völliger Qual. Ich komme da an und da ist nichts, ne? Genau. Aber dann bin ich da angekommen und es war wirklich so ein verlassenes, so ein bisschen runtergekommenes Hotel in so einem Industriegebiet. Und ich habe dann auf dem Parkplatz geparkt und stieg aus. Und da stand nur ein Typ neben diesem Empfang oder diesem Foyer, diesem Glaseingang von dem Hotel mit so Krücken, glaube ich sogar. Und er starrte mich, ab dem Moment, wo ich ausgestiegen bin, starrte er mich die ganze Zeit an. Und ich war schon super nervös, weil ich nicht wusste, was mich erwartet. Das hat es auch natürlich nicht besser gemacht. Aber ich bin dann reingegangen an den Empfang von diesem Hotel und habe dann irgendwie so gefragt, so ja, ist hier was für mich hinterlegt? Ich habe dann meinen Namen gesagt und dann war sie so, ja, ja, klar. Und ist zu so einem Schränkchen gegangen und hat so einen USB-Stick genommen, wo dann laminiert mein Name, mein voller Name drauf war, hat mir den gegeben. Und dann habe ich diesen Stick genommen, bin rausgerannt und ins Auto gestiegen und schnell weggefahren. Und ich bin direkt, ich weiß noch direkt in die nächste Möglichkeit auf so einen McDonald's-Parkplatz, um da dann zu halten. Es gibt auch noch ganz viele andere Bürgerkette. Ach so, Entschuldigung, ja. Ich bin dann ganz schnell rausgefahren und habe auf dem nächsten Parkplatz von einer Fastfood-Kette gehalten und dann natürlich direkt nachgucken wollen, was da drauf ist. Wir hatten eine Dauerleitung dann direkt. Ja, aber auch die Vorstellung, irgendeinen fremden USB-Stick von jemandem aus dem Cyberbunker-Umfeld in seinen Rechner zu stecken, ist aus sicherheitstechnischen Gründen keine gute Idee. Aber man muss ja trotzdem rausfinden, was drauf ist. Und genau. Und am Ende habe ich die Datei geöffnet und da war dann tatsächlich auch alles drin, was wir so gedacht haben, was da drin sein sollte. Spannend. Auf jeden Fall. Da war ich nicht dabei, sonst wäre das vielleicht auch mein spannendster Moment gewesen. Nein, es gab ganz viele in dieser Recherche und wir haben viele merkwürdige Reisen unternommen, Max und ich zusammen, an merkwürdige Orte. Aber ich glaube für mich, ich würde mal sagen, das Highlight oder das Aufregendste war schon der Dreh mit dem Hauptangeklagten Xent. Der saß zu der Zeit, als wir dieses Interview gedreht haben, noch im Gefängnis und hat seine Haftstrafe abgesessen. Und wir haben schon sehr früh mit ihm Kontakt aufgenommen und irgendwann die Zusage bekommen, dass wir auch tatsächlich ein Interview mit ihm bekommen. Da haben wir uns sehr drüber gefreut, weil er eine wichtige Stimme ist in dieser ganzen Geschichte und natürlich seine Perspektive auf die Sache, auch seinen Platz und ihre Daseinsberechtigung in diesem Film hat. Aber es hat noch eine ganze Zeit gedauert, bis wir tatsächlich in diesem Gefängnis drehen konnten. Es gab sehr viele bürokratische Hürden, die man hat, wenn man mit einem Gefangenen in ein Gefängnis drehen möchte. Und es hat aber letztendlich geklappt. Es war relativ spät in der Produktion des Films. Wir hatten also schon viele andere Sachen gedreht und die Auflage war, dass nur sehr wenige Personen, also ein sehr kleines Team mitdrehen konnten. Das bedeutet, wir hatten einen Kameramann, der auch den Ton gemacht hat und jemanden, der das Interview führt und das habe dann ich gemacht. Und ich muss sagen, dass das schon sehr, sehr aufregend war, weil wir über Jahre diese Geschichte recherchiert hatten und natürlich auch die Biografie von dieser Person und uns sehr, sehr, sehr viele andere Menschen erzählt haben, wie denn diese Person, also Xent, dann ist, was ist das für ein Mensch? Keine Beschreibung war normal. Jede Beschreibung war, du hast ja danach gedacht, wie soll das ein Mensch sein? Genau. Also es haben Menschen gesagt, dass dieser Xent, der da bei Cyberbunker eine große Rolle spielt, der sei ein Guru wie in einer Sekte und andere sagen, nein, nein, er ist ein kaltblütiger Krimineller. Andere sagten wiederum, nein, das ist ein ganz, ganz lieber Mensch und er ist ein ganz, ganz ruhiger und eine ganz ruhige und entspannte Person und andere haben gesagt, nein, dieser Mensch hat eine Aspergerstörung und der lebt gar nicht wirklich in der Realität. Das waren alles sehr interessante Aussagen und dementsprechend waren wir natürlich gespannt, wie ist denn diese Person jetzt wirklich, wenn man sie dann trifft, wenn man so viel über diese Person weiß. Wir hatten auch Briefkontakt mit ihm vorher schon und sehr viele Menschen haben über ihn geredet und dann saßen wir irgendwann uns in diesem Gefängnis gegenüber und keins dieser Bilder und keiner dieser Eindrücke, die andere Menschen vorher über Xent hatten, hat gestimmt. Er war ganz anders und ganz anderer Mensch, als wir erwartet hatten, aber nichtsdestotrotz eigenwillig und ein Mensch, wie ich sonst vorher keinen irgendwie vorher getroffen hatte. Und das war ein ganz, ganz, ganz eigenwilliges und ganz, ganz intensives Interview, was, glaube ich, für mich dann so der Höhepunkt dieser ganzen Recherche war. Und die Zuhörenden können sich natürlich jetzt auch ihr eigenes Bild machen von Xent, wenn sie die Doku gucken. Wie habt ihr denn ausgeknobelt oder musstet ihr ausknobeln, wer das Interview machen darf? Also, wie habt ihr es entschieden? Es war auf jeden Fall ein sehr, sehr langer Prozess, auch vor allem dieses überhaupt rauszufinden, mit wie vielen Leuten dürfen wir da rein, weil wir wollten natürlich auch eigentlich Ton und wir beide und noch mehr. Es war auch natürlich, Corona war noch so in den Nachwehen so ein bisschen, deswegen war das dann sehr strikt und dann war es am Ende, ja, weiß ich gar nicht. Naja, wir haben, also einerseits will man das natürlich machen, weil wir beide total scharf drauf waren, natürlich die Person wirklich kennenzulernen, aber andererseits liegt da natürlich auch viel Verantwortung drin, weil das Interview soll ja irgendwie gut werden und man will irgendwie, dass alles gut läuft. Das heißt, man hat dann auch so eine gewisse Verantwortung, wenn man das macht. Ich glaube, wir haben einfach mal durchgespielt, wie das so wäre und ich glaube, wahrscheinlich hätten wir auch eine Münze werfen können. Wir waren beide zu diesem Punkt so tief drin und hatten so Lust drauf. Ja, Max hat vor dem Gefängnis gewartet während des Interviews und ja, ich weiß noch, wie ich dann da rausgekommen bin. Wie so ein stolzer Papa stand ich da absolut nicht in Empfang. Nein, also, ich habe mir alles danach natürlich in Detail dann von Kian erzählt lassen und ich meine, am Ende taucht es ja jetzt auch im Film auf, wo man ja auch diesen Eindruck bekommt von ihm so. Nein, und jetzt, also es ist auch einfach ein sehr wichtiges Interview. Es ist das Interview mit dem Hauptangeklagten und es war einfach wichtig, diese Stimme in dem Film zu haben und deswegen war es für uns einfach ein sehr wichtiger Moment, das zu führen. Ich habe hier noch eine Frage von einem Mitarbeiter der BTF. Seid ihr eigentlich auch mal verzweifelt während des Entstehungsprozesses der Doku? Ja, definitiv mehrmals. Ich glaube, das ist was, was bei so einer Doku in dieser Größenordnung und von der Recherche diesen Ausmaßes irgendwie ganz normal ist und diese Momente gab es auf jeden Fall. Ich würde sogar sagen, einmal im Monat mindestens, wahrscheinlich sogar einmal die Woche. Aber es ist, man hat ja mit so vielen komplexen Situationen und so vielen unterschiedlichen Menschen zu tun und ich glaube auch, gerade in der Szene sind das auch Menschen, die auch besonders speziell sind oder auch jetzt nicht gewohnt sind, so viel im Kontakt mit anderen Menschen zu stehen und ja, bei anderen Personen wie bei den Ermittlern oder so ist es natürlich auch, was viel über Vertrauen geht und diese ganzen Schritte zu machen, da gab es immer einen Schritt zurück, einen Schritt nach vorne und es war so ein langer Kampf, bis wir dann am Ende auch irgendwie mal gedacht haben, wow, wir haben wirklich es geschafft, alle Perspektiven irgendwie da rein zu bekommen und wie Kieran ja auch schon erzählt mit dem Xent-Interview, das war am Ende dann, wo wir Ewigkeiten dran gearbeitet haben und was mehr fast oder eigentlich die ganze Zeit über unmöglich schien. Ja, man sammelt sich sozusagen so Perspektiven zusammen. Also uns war es schon wichtig, dass wirklich möglichst aus jeder Ecke dieser Geschichte jemand sich äußert, also nicht nur die Polizei, aber auch nicht nur die Verdächtigen und die Täter, dass wirklich jeder irgendwie zu Wort kommt, der zu Wort kommen möchte und der sich dazu äußern möchte, dass wir wirklich so ein Kaleidoskop erstellen an Ansichten und Perspektiven auf den Fall. Das bedeutet aber auch, wenn wir den Anspruch haben, dass man gerade so in der ersten Hälfte der Recherchephase immer das Gefühl hat, dass man noch nicht über den Berg ist. Es gibt so eine gewisse Menge an Interviewpartnern, die man braucht, um das Gefühl zu haben, diese Geschichte wirklich angemessen erzählen zu können, sodass am Ende niemand sagen kann, ja, aber hier fehlt ja eigentlich eine ganze Perspektive, sondern uns war es wichtig, dass wir wirklich jedem, der sprechen möchte, irgendwie die Möglichkeit geben dazu und das bedeutet aber auch, dass man langwege Kontaktaufnahmen macht und sich natürlich mit den Leuten erstmal austauschen muss, weil wenn ich gefragt werde, hey, hast du Lust, in der Doku zu einem noch laufenden Verfahren zu sprechen, dann überlege ich mir das auch erstmal und uns war es dann wichtig, den Leuten schon klar zu machen, was das bedeutet und was uns interessiert und dass uns auch das gesamte Spektrum interessiert und das hat gedauert und natürlich sind auch Leute manchmal abgesprungen oder einfach nicht gekommen zu Interviewterminen. Da steht man da mit einem ganzen Set, mit einem kompletten Team und das Einzige, was fehlt, ist der Interviewpartner. Das sind so Stellen, wo man dann schon manchmal denkt, oh Gott, wird das alles was? Könnt ihr das in so einen zeitlichen Rahmen fassen? Also so von Aufploppen der Idee, wir möchten dazu eine Doku machen bis Fertigstellung der Doku, wie lange das ungefähr gedauert hat und was so am längsten gedauert hat, also bis auf den Rechercheprozess jetzt? Ja, also auf die Idee gekommen sind wir Ende 2019 und fertiggestellt sind wir vor ein paar Monaten, also Mitte 2023. Also es ist schon eine lange Reise gewesen. Natürlich auch gerade am Anfang immer viel mit On und Off. Man muss ja so eine Idee dann auch erstmal so präsentieren können, dass jemand sagt, okay, wir glauben da dran, wir wollen das mit euch machen, was tatsächlich auch früh mit der BTF zusammengekommen ist und wo wir hier tatsächlich auch, muss man jetzt sagen, sehr, sehr früh eine hundertprozentige Unterstützung erfahren haben und wo auch immer klar war, ey Leute, das wird ein super schwieriger Weg, auch bis wir dann tatsächlich mal drehen und bis da die erste Klappe fällt. Aber das war was, wo wir hier quasi zusammen, dass irgendwie diesen steinigen Weg bis zur Umsetzung gegangen sind und das ist auch die schwierigste Phase gewesen, würde ich sagen. Ja, aber was Max sagt, das finde ich ist schon nochmal erwähnenswert, was die Zusammenarbeit hier mit der BTF angeht. Das ist eine super merkwürdige, abgefahrene Geschichte und gerade wenn sie noch in der Recherchephase steckt, ist sie auch schwer zu verstehen und es braucht erstmal ein bisschen Zeit, bis man sie in eine Form gebracht hat, dass man sie auch von außen verstehen kann und das ist einfach weird, diese ganze Sache. Es ist total spannend, aber hier in der BTF hatten wir die ganze Zeit Leute, die diese Faszination dafür geteilt haben, weil Max und ich waren ja total besessen davon, also auch zu so einem Grad, dass es glaube ich von außen auch so ein bisschen merkwürdig wirkte, wie versessen wir darauf waren, diese Geschichte zu erzählen und dann kamen wir immer jede Woche mit, ah und jetzt haben wir den gefunden und der ist übrigens so und wusste dir aussehen, dass 1998 Folgendes passiert ist und ich glaube, dass es viele andere Leute gegeben hätte, die gesagt hätten, also wisst ihr was, das ist alles merkwürdig und verstehe ich nicht, aber hier gab es immer Leute, die das irgendwie mitgespürt haben und die dieses Feuer da mitgetragen haben und die da genauso mit uns abgenerdet haben über den ganzen Kram, aber gleichzeitig auch irgendwie, genauso wie wir gesehen haben, dass das eine Geschichte ist, die irgendwie, glaube ich, viele Leute ziemlich spannend finden könnten und die man mal erzählen muss in der Dimension und ich glaube auch, weil wir gerade über so Themen gesprochen haben, wann verzweifelt man, wir sind öfters mal verzweifelt, auch so im Monatsrhythmus, wie Max es schön gesagt hat, aber wir hatten hier immer Leute, wo wir dann wussten, okay, wir können hier weitermachen, es geht irgendwie weiter, es sind Leute, die stehen genauso auf diese, auf diese Cyberbunkernummer wie wir. Aber das ist auch, glaube ich, immer so, ne, dieser Prozess vom Filmemachen ist ja immer so ein Scheitern und Kompromisse finden und irgendwie weitermachen und das wird jeder, der schon mal einen Film gemacht hat, kennen. und Kiat und ich hatten natürlich uns gegenseitig und wir haben das natürlich auch uns am meisten immer gespiegelt, aber es ist natürlich total wichtig, da Partner zu haben, Partnerinnen zu haben, die irgendwie da mit dran glauben und immer sagen, wisst ihr was, auch wenn das jetzt nicht geklappt hat, das nächste klappt und irgendwie das kriegen wir hin und so. Und das hat funktioniert dann am Ende. Zum Glück. Die sind hier alle genauso, genauso verlippt. Ja, ja. Da passt auch eine Frage von einer Mitarbeiterin ganz gut. Ich habe gelesen, dass es beim Zugriff in Strömen geregnet haben soll. Davon sieht man bei eurer Einstiegsszene aber nichts. Warum? Max lacht. Ja, es hat beim Zugriff in Strömen geregnet. Ich hoffe, das rekonstruiere ich jetzt richtig, aber ja, gute Frage. Ja, wie eben auch schon gesagt, Filme machen ist ja immer ein Prozess aus Kompromissen, die man gehen muss und natürlich besteht am Anfang immer eine Vision und eine Idee davon, wie es mal werden soll. Und diese Idee, die entwickeln Kian und ich dann und die Idee muss man ja so gut finden, dass man mit der durch ganz viele Feuer gehen kann. Und so war es natürlich auch mit dieser Eröffnungsszene, mit diesem Zugriff und da hatten wir eine Vision und dann wird das der Realisation der Umsetzbarkeit irgendwie geprüft und da tritt man dann natürlich mit anderen Departments in Kontakt, aus der Produktion zum Beispiel. Ich habe eine Vermutung, und das ist vielleicht die Frage aus diesem Bereich kam und da geht es dann am Ende natürlich um Sachen wie, ja, muss es da eigentlich regnen in der Szene? Dann sage ich natürlich als erstes immer, ja klar, geht ja gar nicht anders und dann beschäftigt man sich konkret damit. Was kostet denn eigentlich so ein Regen? Was kostet es, fünf Quadratmeter mit vollem Regen zu machen? Was kostet es, fünf Quadratmeter mit Regen voll zu machen? Ich weiß die Zahl nicht mehr, aber es ist absurd teuer gewesen. Vor allem, weil wir ja auch im Wald waren und nachts gedreht haben, es war absurd teuer. Und dann geht dieser Dialog los, wo man dann sagt, ah okay, und das ist dann ja auch immer, du kannst das haben, dann kriegst du aber das und das nicht. Und dann muss man sagen, okay, Kompromiss, wenn man kein Regen, weil es anscheinend unbezahlbar ist und ja, findet einen anderen Weg. Aber ich meine, am Ende kann man dann irgendwie, den Fokus muss man einfach, also man muss Ideen ja immer eh neu erfinden beim Filmemachen und Visionen immer angleichen. Und ich glaube immer, das Wichtigste ist, dass man den Kern davon, dass man dieses Gefühl davon, was da transportiert werden soll, was da vermittelt werden soll, dass das da bleibt. Und wie habt ihr es geschafft, das zu transportieren? Ohne Regen? Weiß ich auch nicht. Nein, dann trickst man halt ein bisschen rum und ja, nee, also sind wir mehr auf die Nacht gegangen. Also das ist dieses Gefühl von Nacht und jetzt kommt der Zufall, was ja auch tatsächlich nachts war, sind da drauf gegangen. Aber ja, manchmal ist Regen schön in Szenen. Wir hatten dann, als es klar war, dass wir keinen Regen haben werden, erinnere ich mich noch, dass wir gehofft hatten, dass es vielleicht an dem Tag einfach wirklich regnet. Und ich weiß nicht, dass ich manchmal auf mein Handy geschaut habe und geguckt habe, regnet es jetzt vielleicht wirklich, weil dann hätten wir das ja alles. Ja, eigentlich regnet es ja immer, wenn es schön, also wenn man eine schöne Szene drehen will bei Sonnenschein, dann regnet es. Aber es war trotzdem sehr kalt und sehr ungemütlich an diesem Drehtag, in diesem Wald. Ich glaube, es wäre mit Regen noch viel, viel ungemütlicher geworden. Deswegen kann man auch dankbar sein, dass es nicht geregnet hat. Ach, aber am Ende, ich finde, die Szene funktioniert trotzdem. Okay, apropos Szene, gibt es eine Lieblingsszene in einem Film für euch? Habt ihr eine? Ja, wenn ich anfange, nehme ich dir vielleicht die Szene weg, aber da hast du Pech gehabt. Dann auf drei? Nein, also ich glaube, meine Lieblingspassage ist die Passage, wo wir die Republic of Cyberbanker erklären. Es ist nämlich so, dass Cyberbanker nicht nur ein Unternehmen ist, also ein Bunker und ein Rechenzentrum und sowas, sondern manche Mitglieder von dieser Gruppierung sind auch der Meinung, dass Cyberbanker ein eigener Staat ist, ein Mikro-Staat, der sich auf dem Territorium dieses Geländes erstreckt. Dieser Staat wurde irgendwann mal gegründet. Ob man das jetzt für real hält oder eher aus was Fantasie entspringt, das sei mal dahingestellt. Aber wir haben uns entschieden, das für einen Moment zumindest einmal durchzuspielen. Wie würde das aussehen? Was gehört denn da dazu, zu so einer Republic of Cyberbanker? Einfach um so ein bisschen in die Gedankenwelt einzutauchen und es ein bisschen erlebbar zu machen. Weil ich glaube, nicht alle Menschen, die den Film gucken, haben sich schon mal vorgestellt, einen eigenen Staat zu gründen. Aber manche Leute bei Cyberbanker, für die ist das eine interessante Vorstellung. Und dann haben wir gedacht, okay, dann nehmen wir das mal ernst und spielen das mal durch. Wie sieht denn das aus? Und ich finde, das ist eine Sequenz, die irgendwie Spaß macht und die da einmal eintaucht in diese kleine Parallelwelt, die da entstanden ist. Und mir hat die Sequenz immer sehr viel Spaß gemacht. Hast du was zu ergänzen, Max? Oder ist das jetzt auch deine Lieblingsszene? Um eine andere Szene zu nennen, also die mag ich auch natürlich sehr gerne. Aber die Anfangssequenz ist natürlich was, also haben wir auch schon drüber gesprochen, ist was, wo einfach aus Filmemacher-Perspektive das natürlich super spannend war, weil wir wussten, da muss einfach sehr viel stimmen, damit das klappt. Und es ist natürlich auch das Opening vom Film, das war uns auch schon immer klar, tatsächlich von der ersten Buchfassung wussten wir, dass da quasi dieser Zugriff passieren soll und dass das auch genauso eindrucksvoll sein muss, damit man da einsteigt in diese Geschichte. Und weil da auch sehr viele verschiedene Orte, Drehorte zusammenkamen, weil da sehr viele drehtechnische Besonderheiten irgendwie aufgetaucht sind und das am Ende dann irgendwie ja schon ganz gut funktioniert hat, ist das was, was ich, glaube ich, jetzt am Ende sehr mag. Ich habe noch eine andere Szene, die ich da gerne erwähnen will und das ist die Nachstellung des Büros des Hauptangeklagten Xent. Und zwar gab es in diesem Cyberbunker mehrere Büros, also die hatten so ihre Arbeitsplätze dort und auch der Hauptangeklagte Xent hatte einen Arbeitsplatz, der sehr eindrucksvoll war mit sehr, sehr vielen Bildschirmen und allen möglichen Gerätschaften und ganz vielen Handys, die da in einer Reihe standen und so weiter. Und als wir dann das erste Mal Bilder von diesem Raum gesehen haben, waren wir an sich schon sehr beeindruckt und hatten das Gefühl, okay, das müssen wir irgendwie nachstellen, weil es erzählt viel über die Person und über die Art, wie da gelebt wird. Und das haben wir dann auch gemacht. Und die Idee war aber nicht nur, diesen Raum eins zu eins nachzustellen, sondern auch noch ganz viele andere Elemente aus diesem Cyberbunker-Universum da unterzubringen, auf die wir in der Erzählung eingehen. Wer den Film dann sieht, der wird rausfinden, dass es nicht nur einen Cyberbunker gibt, sondern sogar zwei. Es gab schon mal einen in Holland und danach gab es einen in Deutschland. Und was dann gemacht wurde, ist, dass wir uns ganz viele Bilder aus diesen Bunkern angeschaut haben und versucht haben, diese Dekoration und dieses Ambiente, was in diesen Räumen vorherrschte von diesen Bildern, alles in diesem einen Büro mit diesen ganz vielen Bildschirmen unterzubringen. Und wir hatten ganz viel Bildmaterial und Videomaterial aus der Zeit, aus den verschiedenen Bunkern. Das hätte uns aber an sich nichts gebracht, weil ich habe ganz viele dieser Gegenstände nicht bei mir zu Hause und ich weiß noch nicht, wo ich die herbekomme. Aber es gab dann hier bei dem Projekt Leute, die Ausstattung gemacht haben und die dafür verantwortlich waren, so einen Raum auszustatten. Mit denen haben wir uns zusammengesetzt, denen haben wir die Bilder gezeigt und ungefähr besprochen, was unsere Idee ist, wie das aussehen sollte. Und dann haben die gemacht. Und die haben uns zwischendurch ein bisschen Zwischenstände geschickt. Guck mal, wir haben jetzt genau so eine Star-Wars-Dekoration gefunden, wie auf diesem Bild zu sehen ist. Ach ja, klasse, ist ja toll. Und haben so vor sich hingearbeitet. Und es gab dann den Tag, wo wir das erste Mal in diese Kulisse, also in dieses nachgebaute Büro aus dem Cyberbunker hineingegangen sind. Und mir ist fast die Kinnlade nicht mehr zugegangen, weil es, also es war so liebevoll gemacht und wie ein Wimmelbild dieses Films, wie ein Wimmelbild dieser ganzen Recherche. Es waren alle möglichen Gegenstände, die man auf den Originalbildern aus dem Cyberbunker erkennen konnte, waren da abgebildet. Es war ziemlich nah an dem Originalbüro, was man, was die Polizei da vorgefunden hat. Aber gleichzeitig sind noch so viele andere Elemente aus diesen verschiedenen Jahrzehnten dieser Geschichte da untergebracht. Kleine Deko-Elemente, eine Dose Schokomilch, weil der Hauptangeklagte gerne bestimmte Schokomilchmarke getrunken hat und all das wirklich bis ins letzte Detail abgebildet. Und für mich war das wie als würde man in diese Recherche hineinlaufen. Und das war einfach toll. Also da war ich sehr beeindruckt und da hat die Ausstattung wirklich sich selbst übertroffen. War stark. Mega gut. Aber das ist mir tatsächlich auch schon bei so ein paar Projekten aufgefallen, dass wir alle zusammen an einer Vision arbeiten und das alle total gut verstehen. Also durch ein kleines Briefing und so, da steckt einfach jeder so viel Herzblut rein in der WTF. Ja, voll. Das macht die Firma aus. Kann man ja auch einfach mal sagen in dem Podcast. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wir haben ja auch viel gedreht und da waren immer verschiedene Leute dabei und die haben sich aber auch alle irgendwie für dieses Projekt begeistert. Und man konnte sich dann in den Drehpausen immer darüber unterhalten, ach, wie war das denn? Und wie war denn dieser Interviewpartner? Und so. Das war schon irgendwie toll. Also man hatte nie das Gefühl, dass da jemand jetzt mitarbeitet, dem das alles so ein bisschen wurscht ist, sondern, ich weiß nicht, die fanden das alle auch spannend und das war irgendwie cool. Das war auch total schön, als wir dann, wir haben mal eine Teampremiere dann gemacht, wo wir die fertigen Teile quasi zusammengeführt haben von diesem Film und da waren natürlich ganz viele Leute dabei, die immer nur bei ein paar Drehs dabei waren und immer nur so Ausschnitte davon mitbekommen haben und dann wussten, ah, okay, es gibt den Aspekt, die aber dann zum Beispiel einen komplett anderen Aspekt gar nicht mitbekommen haben. Und das war dann, wo dann alle zusammengekommen sind und wir uns dann erstmal zusammen alles angeschaut haben, wie diese ganzen Elemente irgendwie zusammengefunden haben. Das war irgendwie super schön, dann auch von denen zu hören, wie die total begeistert davon sind und gar nicht gecheckt haben, dass es jetzt auch Hacking quasi nur ein kleiner Teil von der Geschichte ist oder dass die Ermittler eigentlich fünf Jahre ermittelt, also dass diese ganzen Ausmaße und diese ganzen Sachen zusammengefunden haben. Das war auch sehr schön. Voll das schöne Abschlusswort, finde ich. Dann würde ich euch jetzt noch 30 Sekunden geben für unsere Rubrik Pitch, please. In der habt ihr 30 Sekunden Zeit, um die Menschen davon zu überzeugen, sich die Doku anzugucken. Pitch, please. Okay, also schaut euch diese Geschichte an. Sowas abgefahren, das habt ihr noch nicht gesehen. Es ist eine Utopie des Internets, die sich ins Gegenteil verkehrt. Und das sollte man gesehen haben. Was soll man da noch hinzufügen? Stark. Dann danke euch beiden. Ja, danke dir. Vielen Dank. Okay. Ja, geil. War ein bisschen cringy am Ende? Den Satz haben wir gestern bei Nikola Talent. Haben wir den... Das war Ruhe, bitte, wir treten Cyberbunker. Schaut die Doku unbedingt auf Netflix. Und wenn ihr weitere Einblicke in die Produktion in der Bild- und Tonfabrik bekommen wollt, folgt uns auf Instagram und Twitter. tja. Bis zum nächsten Mal.